Tatsächlich war Goethe hoch erfreut, uns kennenzulernen. Bei der gegenseitigen Bekanntmachung hielten wir uns an unsere abgestimmte Legende. Wir legten uns vor unseren Zeitreisen immer einen passenden persönlichen Background zurecht. Sebastiano spielte einen venezianischen Seidenhändler und ich seine treusorgende Gattin. Ole war Sohn und Erbe eines norwegischen Pelzhändlers, der sich schon vor Jahren in Venedig angesiedelt hatte. Fatima war die Tochter eines hiesigen Patrizias und zugleich meine Cousine. Goethe war ein lebhafter, humorvoller Zeitgenosse. Er sprühte nur so vor geistreichen Gesprächsbeiträgen und stellte viele kluge und interessierte Fragen, bei deren Beantwortung wir allerdings manchmal improvisieren mussten. Nämlich immer da, wo wir unsere Legende vorher nicht allzu detailliert ausgearbeitet hatten und deshalb aus dem Stand einiges hinzuerfinden mussten. Aber Fatima und Ole machten ihre Sache sehr gut. Ich war richtig stolz auf meine Schüler. Wir selbst fragten Goethe kaum etwas. Das meiste wussten wir ja sowieso schon, wozu gab es schließlich Wikipedia. Er hatte in Deutschland auf der Höhe seines Erfolgs alles hinter sich gelassen und war überstürzt nach Italien abgehauen. Ein ziemlich klarer Fall von Burnout. Die erste Zeit seiner zweijährigen Italienreise hatte er inkognito verbracht, weil er seine Ruhe haben wollte. Aber je länger er unterwegs war, desto einsamer war es um ihn geworden. Hier in Venedig kannte er praktisch niemanden. Als er von zu Hause aufgebrochen war, um zu seiner früheren Kreativität zurückzufinden, hatte er in einem dichterischen Tief festgesteckt, das er aber inzwischen längst hinter sich gelassen hatte. Wenn er nach Hause zurückkehrte, würde er mit neuer Schaffensfreude wunderbare Werke vollenden. Wir unterhielten uns auf Italienisch. Das heißt, Goethe sprach Italienisch, während wir anderen in unserer jeweiligen Muttersprache redeten, ohne dass er es merkte. Wie immer funktionierte die automatische Sprachumwandlung perfekt. Nach einem gemeinsamen Mittagessen, Goethe bestand darauf, uns einzuladen, bummelten wir durch San Marco. Goethe verstrickte mich in eine anregende Unterhaltung über ein Theaterstück, das er am Vorabend besucht hatte. Leider war es über alle Maßen langweilig. Gewisse Versformen eignen sich einfach nicht für die italienische Sprache. Die elf silbigen Jamben sind für Deklamationen sehr unbequem, stimmte ich zu. Goethe musterte mich verdutzt. Genau dasselbe wollte ich auch gerade sagen. Tatsächlich hatte ich es mir sogar bereits mit eben diesen Worten notiert. Oh oh, schwerer Fehler. Sebastianus verärgertes Reusband sprach Bände, ihm war es auch nicht entgangen. Ich hatte zufällig genau die Stelle wiedergegeben, die Goethe als Kommentar zu diesem Theaterstück in sein Reisetagebuch geschrieben hatte, welches mir natürlich in allen Einzelheiten bekannt war. Ich musste schlucken und konnte mich nur damit trösten, dass er es sowieso vergessen würde. Zeitreisende blieben nur eingeweihten im Gedächtnis. Für Goethe gab es jetzt kein Halten mehr. Er meinte, in mir eine Seelenverwandte gefunden zu haben und wollte über die Feinheiten des jambischen Versmaßes reden. Gestatten Sie, Signor, sagte er zu Sebastiano. Dann hakte er mich unter und setzte sein Gespräch mit mir voller Begeisterung fort. Gefolgt von Sebastiano und unseren beiden Schülern schlenderten wir in Richtung Mole. Zahlreiche Gondeln tanzten dort an der Anlegestelle. Die Sonne blitzte auf dem Wasser und tauchte die Silhouetten von San Giorgio Maggiore und Santa Maria della Salute in ein durchscheinend helles Licht. Ich rief den Inhalt von diversen Vorlesungen ab, wozu hatte ich Literatur mit Schwerpunkt Lyrik studiert, und glänzte mit allen möglichen Basics zu diversen Versformen. Aber mein Spaß an unserem Auftrag änderte sich schlagartig, als wir die Mole fast erreicht hatten. In meinem Nacken breitete sich der Anflug eines Juckens aus. Ein ganz schlechtes Zeichen. Mein Nacken juckt nämlich nur bei bevorstehender Gefahr. Es war soweit. Besorgt wandte ich mich zu Sebastiano um. Goethe kam unterdessen enthusiastisch auf den gereimten Fünfheber mit Zäsur nach der vierten Silbe zu sprechen und suchte nach Beispielen. Mir fiel spontan eins ein, das ich zitieren konnte, während das Kribbeln in meinem Nacken immer deutlicher wurde. Wir standen jetzt dicht am Kai, wo man von der Piazzetta aus den schönsten Blick über die Einfahrt zum Canale Grande hatte. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, im dunklen Laub die Goldorangen glühen? Nein, deklamierte ich mechanisch. Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, die Myrte still und hoch der Lorbeer steht. Ich brach ab und schlug mir die Hand vor den Mund. Goethe hatte mich losgelassen und zerrte sein Notizbuch aus der Tasche seines Umhangs. Wo habe ich nur den vermaledeiten Stift? Diese Worte, was für eine wundersame Schönheit Ihnen inne wohnt. In der Tat gleichen sie jenen, die mir schon selbst durch den Sinn gingen. Welchem Gedicht haben Sie dieses Beispiel entnommen? Können Sie es zu Ende rezitieren? Natürlich hätte ich das gekonnt. Und kein Wunder, dass er das Gedicht toll fand, denn er hatte es selbst geschrieben. Nur würde es dummerweise bis zur Veröffentlichung noch etliche Jahre dauern. Ungeduldig trat Goethe einen Schritt zurück, um mehr Armfreiheit für die Suche nach seinem Stift zu gewinnen. Dabei übersah er eine Frau, die gerade in eine Gondel steigen wollte. Sie hatte ein Hündchen unterm Arm und war tief verschleiert, weshalb sie vermutlich auch nicht bemerkte, dass Goethe direkt hinter ihr stand. Und der sah wiederum sie nicht, weil er in seinen Taschen wühlte. Im nächsten Moment war es auch schon passiert. Es ging alles unglaublich schnell. Der Hund sprang der Frau vom Arm und geriet Goethe zwischen die Beine. Er stolperte, versuchte sich irgendwo festzuhalten und erwischte den Schleier der Frau. Der bot ihm aber keinen Halt, sondern riss unter seinem Griff entzwei, worauf die entrüstete Frau ihm einen heftigen Schubs versetzte, der ihn geradewegs über die Mole in das dunkle, tiefe Wasser Despacino di San Marco beförderte. Das glaube ich jetzt nicht, sagte Sebastiano zutiefst entnervt. Doch er zögerte keine Sekunde, sondern sprang dem versinkenden Dichter sofort hinterher. Das war also der Sturz, sagte Ole, während er neben mich trat. Erstaunt schüttelte er den Kopf.